herzlich willkommen zu farm together folge 16 und wieder einmal möchte ich auf meine kleine farm gehen um etwas geld zu verdienen genau aber erstmal sehe hier dass da gerade was neues ist Sonnenwendfeier Sonnenwendfeier okay wir können auch Feuerwerk abfeuern okay hier habe ich es auch lange nicht geguckt ich habe hier immer noch irgendwie neue Klamotten wo ich mich mal alle verfolgen mal vielleicht umziehen kann oder was und da ist noch mehr gesperrt hallo ja ich habe ein paar Gesichter dazu bekommen ja Mützenkappen und dergleichen Hüte meine Güte Sonnenbrillen mhm Rucksäcke und so was ja aber ich bin ja auch meiner ich bin ja nicht auswandern haha oder ein paar Tage unterwegs sein da brauche ich kein Rucksack ich bin auf meiner farm habe mein Baumhaus und der wird dann auch nach und nach ein paar Möbel mal rein packen und so weiter im Haus dann werde ich erstmal weitermachen dann gibt es auch noch einiges zu leveln und und je nach Level kriegt man ja immer wieder neue Sachen Willkommen zurück! Oh, tägliche Belohnung 6 100 und 30 von den blauen Diamanten das ist doch toll! So, ich tank einmal hier kurz auf Wupp! So! Oh, gleich der Apfelbaum ist hochgekommen! Super! Und zack! Weg mit den Äpfeln! Und hier zack! Weg mit dem Spargel! So! Und die Baumwolle! Dann fahr ich mal hier rüber zu den Erdnissen und auch die sind jetzt hochgekommen! Super! Und auch die sind jetzt hochgekommen! Super! Zack! So! Die Bärenbäume! Na super! Ah! Mache ich hier jetzt mal auf! So! Und hier mache ich jetzt mit der Hand! Ah! Ja! So! Ähm! Nüsse kann ich noch nicht abgeben! Aber hier Geld sammeln oder mal Obst und Gemüse! Das kann ich abgeben! Das ist gut! Ähm! Hier habe ich auch nochmal Geld! So! Hier ist die Fruchtpresse! Da kann ich dann die Früchte pressen! Kriege ich schon Saft daraus! Entweder Apfelsaft oder Beernsaft oder was auch immer! So! Der Salat ist hochgekommen! Ich freue mich immer wenn es hochkommt! Also hier das Essen! Schön gesund! Eine gesunde Kiwi! Jawoll! Eine Kiwi im Bett! Finde ich ganz nett! Äh! Und auch die Sonnenblumen sind hochgekommen! So! Und wieder mal ein Algar! Und hier auch wieder dreimal 25! Und einmal auftanken! So! Und Karotten wieder eingesammelt! Und auch die sind hochgekommen! Auf Level 9! Na super! So! Was können wir denn hier vielleicht Neues einpflanzen? Ernten, Seen und so weiter! Das macht Spaß! So! Was können wir denn hier vielleicht Neues einpflanzen? Und dann bin ich von ganz heruntergekommen! Da habe ich den Huf und ganz heruntergekommen! Da habe ich den Huf und ganz heruntergekommen! Ja! Ja! Das werden wir doch hier alle umgegraben! Ah! Guck mal hier! Diese Feuerwerkraketen! Haben zwar keinen Silvester! Kostet 500! Na einmal hin! Ziemlich teuer! Aber... Guck mal hier! Gut! Man kann das mal versuchen! Also mal nehmen einmal! Und dann... Schaue ich mal! Sogar noch einen blauen dazu! So! Ähm... Vielleicht noch gießen! Warum auch immer! Dann nehme ich mal die... Die roten... Guri-Bären... Oben... Zack! So! Dann hier auch nochmal! Zack! Und... So! Und... Und... Zack! Und... Und... So! Wasser! Ähm... So! Dann mache ich erstmal hier! So! Dann... Dann... wieder ein paar... Sonnenblumen! Hier mache ich dann... Mais! Da... Und dann gehe ich nochmal hier rüber... Und werde hier die Rümen... Ein... Pflanzen! Ah... Hier kann man auch noch... So! Kiwi... Geht auch in dieser Jahre Zeit! Das ist toll! Kartoffeln! Die gehen natürlich immer! So! Jawoll! Und die... Tolken und die... Margarete... Margareten... Margarine... Und dann nochmal ab... Gleich drei auf einmal hier! So! Bisschen Honig! Und der Blumenstand... wird die Blumenverkauf... Die kommen dann vielleicht nach Holland... oder wo noch immer! Und da ist der Sommer! Ja! Es war Sommer! Und ich war erst 14! Und am Mittag... sah ich mein Ding stehen! Nein! Es war so schwül! Ich hole mir einen runter! Denn es war Sommer! Oder so ähnlich! So! Und wieder Äpfel! Wahnsinn! Die sind aber schnell gekommen hier! So! Hey du! Ich hole mir einen Apfel runter! Und so weiter! So! Äh... Hier kommt dann... der Kohl! Jep! Ich wollte nach den Kohl... Gibt es... Augenwolle! Ich wollte mich nicht vergleichen! Ich wollte mich nicht sagen! Ich gehe der Kohl... Keine Ahnung! Ich mache mir, wie ich ihr sie anschaut! ich hatte mich noch noch... Das ist mein Tüch... Ich bin ein Tüch... Ich bin ein Tüch... ach jo und hier sind auch schon wieder die Bärnen dran und hier auch mal wieder die Mandelbäume und die Bärnenbäume sind wieder hochgekommen das geht hier aber jetzt zack zack und die Bärer die kommt mal in den Boden rein und da kommt die Karte nachgelaufen dann habe ich noch die Blaubeeren meine Fresse was ich alles hier habe so viel zu essen und so viel auswahl nur hier habe ich eine Kleinigkeit verkehrt nur hier habe ich eine Kleinigkeit verkehrt so dann tange ich nochmal auf für sich im Moment also tanken und was ein Melon ja wohl ich mag ha die Kuchen und hier drüben die gelben Zwiebeln die Zwiebeln so ja genau da mault immer die Katze dort drücken wird man ein bisschen Geld mitnehmen denn wir wollen ja reich werden wollen ja ein paar Millionen auf dem Konto haben hier ja wieder noch einiges größer machen ein zwei Holzer bauen und was hat die Stühlen hier hinlegen und hast du nicht gesehen da hab ich noch einiges vor Karotte ist hochgekommen ich freue mich auch an meine Karotte M.O. so scharf sind sie aber nicht und hüpf hüpf spring wieder mal mit meinen den Kopfhörer äh was hab ich noch nicht Schüdi hüpf 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 da wird aufgestiegen ja ist denn das die Möglichkeit hier so leh ähm der schwarze Pfeffer äh ach ja ja Und wenn ich da jetzt diese anderen Dinger hinlege, die dann selber mit dem Wasser rumspritzen, dann brauche ich das ja nicht mehr, aber die sind jetzt glaube ich auch noch zu teuer, ne? Muss ich denen nicht mal gucken. Erstmal mache ich hier, da kann ich auch nochmal die Früchte platt machen. So schon manche, manche machen, ne? Ha, ha, ha. Ach ja, und die Musikkühle da im Winterwohn. Ähm, einmal tanken. So, ich habe Nüsse. Ne, also, tch. Ja. Obstwetterverkauf. Und Gemüse wird verkauft. Immer wieder schön. Schön von den blauen Diamanten da. Wow, der ist ja schon ganz schön groß geworden. Also der Bereich hier meine ich, ähm, von der Kleinfarm. Und dann hier. Ähm, und dann muss ich mal sehen, wenn ich hier und da so einen kleinen Teich machen möchte, oder so. Und dann muss ich mal sehen, wenn ich hier und da so einen kleinen Teich machen möchte, oder so. Aber erstmal könnte ich da noch weiter leveln. Äh, blauen Trauben. Guck mal, die habe ich noch nicht. Ähm, hm. Die noch mal. Zicke zacke, zicke zacke. Genau, muu. Aber wo steht ne Kuh, die muu muss. Ah, los, ey. Eine Kuh, eine Ziege, eine Ratatatateli. Äh, bleu. Ah. Spargel hab ich noch gar nicht. So, ich pflanze hier jetzt mal wieder rein. Tja, hier nochmal was ergeben. So, und, ja, jetzt hab ich auch schon wieder. hier kann ich leider auch nur mit dem Trecker 1 abholen ja ja ist ja gut so hier nochmal ein bisschen tanken ist nicht viel, naja gut, lohnt sich nicht dann war ich noch bis das voll ist aber kann er ja nochmal Wasser geben so so dann werde ich jetzt immer so langsam aber sicher zum Ende kommen dann werde ich jetzt immer so langsam aber sicher zum Ende kommen so nochmal ein bisschen Gemüse verkaufen einmal guck ich dann nochmal hier so okay dann sage ich für heute erst einmal danke und dann dann melde ich mich in der nächsten Folge wieder wenn ich mich um meine kleine Familie kümmern werde hahaha bis dahin mach es gut oder besser oder auch immer und dann sage ich nein nein dann mach es gut bye 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 mal 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 mal